Bei diesem Familienfoto in der moldauischen Hauptstadt Kijinao ist es wichtig zu sehen, wer dabei ist und wer nicht. Insgesamt 47 europäische Staats- und Regierungschefs und in ihrer Mitte Volodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine. Es war das zweite Treffen der europäischen politischen Gemeinschaft, die eine einheitliche Antwort auf die russische Aggression geben will. Logischerweise war Moskau nicht eingeladen. Unerwartet dagegen war die Abwesenheit des türkischen Präsidenten Erdogan, der in letzter Minute abgesagt hatte. Das Treffen schuf den Rahmen für ungewöhnliche Begegnungen, wie dieses Gespräch zwischen Selenskyj und dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic, der enge Beziehungen zu Moskau unterhält. Hauptthema des Treffens war die Frage, wie der Ukraine Sicherheitsgarantien gegeben werden können. Selenskyj drängt offen auf eine NATO-Mitgliedschaft. Aber es wird nicht einfach sein, da nicht alle Mitglieder des Atlantischen Bündnisses diese Idee unterstützen. Und auch weil es für Moskau eine rote Linie ist und eine Karte sein könnte, die man bei eventuellen Friedensverhandlungen ausspielen kann. Die Entscheidung, den Gipfel in Moldau, einer ehemaligen Sowjetrepublik abzuhalten, wurde auch als Botschaft an den Kreml verstanden. Zudem erhielt das Land vor genau einem Jahr, zeitgleich mit der Ukraine, den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Zudem erhielt das, was die Ukraine in der Ukraine verstanden ist, was die Ukraine in den nächsten sechs Wochen, wenn die NATO-Mitgliedschaft in Vilnius, Lithuania verstanden wird. While France made some steps in terms of wording, calling for Ukraine to be granted a clear path to membership, this is not the case for countries like Germany, which is still cautious to provide any concrete timetable. E.F. Kutsakosta, Euronews, Moldova.